Robert Habeck wurde jetzt dabei erwischt, dass er anscheinend mutmaßlich Steuerhinterziehung begeht, das Bundesministergesetz verletzt und den Berliner Staatsschutz inzwischen offenkundig sabotiert. Wirklich spannende Geschichte, bleibt dran bis zum Schluss. Und an jeden Juristen bitte unterstützt mich, wenn ich hier irgendwelche Fehler habe, weist mich bitte darauf hin. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Worum geht es? Es geht darum, dass jetzt Robert Habeck auch eine Abmahnmaschine für Hass und Hetze im Internet quasi ins Leben gerufen hat. Und da sind bei mir erstmal alle Alarmglocken angegangen, weil ich noch weiß, dass der eine Steuerberater in Berlin Frau Strack-Zimmermann bei der Finanzverwaltung angezeigt hat, wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung, wegen gewerbsmäßigen Einfordern von Schmerzensgeldern. Aber schauen wir der Reihe nach rein. Es geht um Hasskommentare im Internet und es gibt den Hass im Internet. Ich lese ihn ab und zu unter meinen Videos. Aufrufe, die gegenüber befindliche Person solle nicht mehr weiterleben. Das ist wirklich weit über dem, was man als normale Meinungsäußerung ertragen muss. Wir sind dann bei Beleidigung, bei Bedrohung, je nachdem manchmal auch bei Nötigung. So weit, so gut. So weit, so schlimm. Frau Merkel hat allerdings vorgemacht, wie es auch laufen kann. In 16 Jahren Amtszeit hat sie keine einzige Anzeige erstellen lassen, wegen irgendwelcher Kommentare im Internet. Aber Herr Habeck, er geht hier den Weg von Frau Strack-Zimmermann. Und es heißt hier, dass das Büro von Herrn Habeck über das Bundeswirtschaftsministerium und über sein Bundestagsbüro, also in Kombination mit der Hilfe spezialisierter Anwaltskanzleien, schon 700 Strafanzeigen erstellt hat. Wegen Hass und Beleidigung. Wie gesagt, es gibt dort wirklich handfeste Beleidigungen, aber das ist gar nicht Thema meines Videos, sondern es geht darum, dass hier mutmaßlich damit Steuern hinterzogen werden und dass hier vielleicht noch andere Gesetze gebrochen werden. Aufgrund dieser vielen Bedrohungen ist jetzt auch die Sicherheitsstufe von Robert Habeck anscheinend erhöht worden. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes legen auch nahe, dass die Angriffe auf Amts- und Mandatsträger in Bund, Ländern und Kommunen weiter steigen. Schneller als die anderen Straftatsdelikte überhaupt steigen. Jetzt gibt es hier ein wunderschönes Zitat von Frau Feser. Wir müssen die Mitverantwortung derer sehr deutlich benennen, die vor allem vom rechten Rand aus immer hemmungsloser und immer skrupelloser Demokraten anfeinden und diffamieren. Das schürt ein Klima der Gewalt, das Täter zu Taten antreibt. Das sind Worte, die man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wenn im Internet jemand ist, der hemmungslos Personen anfeindet und diffamiert, treibt er Leute zur Gewalt an. Wenn wir das jetzt mal unabhängig von rechts oder links als gegeben ansetzen, dann müssen wir hier feststellen, dass die Leute, die ein Kalifat fordern und auch immer hemmungsloser und skrupelloser unsere Demokratie anfeinden und diffamieren, dann damit auch ein Klima der Gewalt schüren, das Täter zu Taten antreibt. Entweder gilt das für alle und damit gilt es auch für Muslim Interaktiv in Hamburg oder es gilt eben nicht, dass am Ende jeder Einzelne für seine persönliche Eigenschaft als Täter oder Nicht-Täter eben verantwortlich ist. Es gibt jetzt hier auch noch Zahlen. Bisher sind jetzt unter den Gewaltdelikten weiter die AfD-Mitglieder am häufigsten betroffen. Wenn man alle Straftaten gegen Amtsträger inzwischen zusammenzieht, nicht nur die Gewalttaten, sondern auch Sachbeschädigungen und Beleidigungen, dann ist hier wirklich inzwischen die Grüne Partei führend, was Angriffe eben auf sie angeht. Jetzt gehen wir aber hier zurück zur mutmaßlichen Steuerhinterziehung und zum mutmaßlichen Bruch des Bundesministergesetzes über die Rechtsstellung der Bundesminister, was Herr Robert Habeck zu befolgen hat, ob er das nun möchte oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wegen dieser Beleidigung und Bedrohung arbeitet Herr Habeck jetzt mit spezialisierten Anwaltskanzleien zusammen und der gemeinnützigen Organisation HateAid, habt ihr sicher schon gehört. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass man in den Verfahren auf die Löschung von strafrechtlich relevanten Kommentaren dränge, das ist soweit zulässig, und die Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung, da wird es schon schwieriger, sowie die Zahlung einer Geldentschädigung einfordere. Und hier ist es wirklich phänomenal. Hier arbeiten das Wirtschaftsministerium, also die Beamten aus Steuergeldern bezahlt, arbeiten hier an Verfahren, wo es um eine Geldentschädigung für die Person Robert Habeck geht. Das ist schon mal der erste Skandal. Jetzt sagen sie hier allerdings, etwaige Zahlungen wolle Robert Habeck spenden, abzüglich der entstehenden Kosten vollständig an eine gemeinnützige Organisation. Guter Gedanke, würde man da sagen, und da muss man einmal einen Blick werfen, in § 5 des Bundesministergesetzes, dort heißt es unter erstens, die Mitglieder der Bundesregierung dürfen neben ihrem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben. Sie dürfen während ihrer Amtszeit auch nicht im Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter und sofort angehören. Jetzt denkt ihr erst mal, okay, ob das ein Gewerbe ist, sei mal dahingestellt und kein Beruf. Ja, das muss jemand prüfen, der davon Ahnung hat. Und hier gibt es einen Berliner Steuerberater, der schon im Fall Frau Strack-Zimmermann die Finanzverwaltung darauf hingewiesen hat, dass es sich hier vermutlich um eine unternehmerische Tätigkeit handelt, wofür Steuern gezahlt werden müssten. Denn Frau Strack-Zimmermann schreibt mindestens 250 Strafanzeigen jeden Monat über eine spezialisierte Anwaltskanzlei. Es geht nur um Hass und Beleidigung im Internet. Und da wird dann auch jedes Mal Schmerzensgeld gefordert, 500 bis 1000 Euro. Jetzt, ich lese vor, aus dem Hinweis des Steuerberaters an das Finanzamt Berlin, Schmerzensgeld entspricht dem Gedanken des Schadensausgleichs nach § 823 BGB. Mit Schmerzensgeld erlittene körperliche oder auch seelische Schäden ausgeglichen werden. Diesem Gedanken entsprechend unterfällt Schmerzensgeld auch keiner der Einkunftsarten des Einkommenssteuergesetzes und ist von der Umsatzsteuer auch befreit. Allerdings ist der Sachverhalt hier ein anderer, denn bei dem vorliegenden Sachverhalt ist es so, dass Frau Strack-Zimmermann von der Mehrzahl der Beleidigungen gar keine Kenntnis erlangt und somit auch keinen möglichen seelischen Schaden erleidet. Ganz genauso wird es bei Robert Habeck sein. Er wird keines dieser Kommentare persönlich lesen, sondern seine Mitarbeiter. Und dann ist es nicht gerechtfertigt, hierfür Schmerzensgeld zu verlangen. Es ist vielmehr naheliegend, dass das massenhafte Einfordern von Schmerzensgeldforderungen in geringer Höhe, aber in großer Anzahl, ein Umstand ist, der dem Gedanken des einmaligen Ausgleichs eines erlittenen Schadens widerspricht. Nach Meinung des Steuerberaters handelt es sich um einen Umgehungstatbestand im Sinne der Abgabenordnung nach § 42. Frau Strack-Zimmermann übt mit der Einforderung einer großen Menge betragsmäßig geringer Schmerzensgeldforderungen in jedem Falle eine unternehmerische Tätigkeit nach § 2 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz, da diese Tätigkeit mit Einnahmeerzielungsabsicht und wiederholt stattfindet. Es geht hier jetzt um mehrere tausend Euro pro Vorgang, dafür 250 Vorgänge pro Monat bei Frau Strack-Zimmermann. Da kommen siebenstellige Beträge zusammen, auf die Umsatzsteuer und im Zweifel auch Gewerbesteuer gezahlt werden müsste. Robert Habeck macht es jetzt hier ähnlich, 700 mal 500 Euro für die Anzeigen, wären wir bei 350.000 Euro Schmerzensgeld, was er dann abzüglich aller Kosten spenden möchte. Naja, bin ich ja mal interessant, ob wir hier jemanden finden, auch vielleicht wieder der gleiche Steuerberater, der hier eine Prüfung veranlasst, auch nach § 2 Gewerbesteuergesetz. Ob denn hier auch Gewerbesteuer anfallen würde, wir sind hier gleich im sechsstelligen Bereich, was dem Land Berlin hier dann quasi vorenthalten wurde, unabhängig davon, dass man sich dann damit auch strafbar macht. Und wenn sich ein Minister im Amt strafbar macht, ist er unhaltbar, dann muss er zurücktreten. Auch wenn das Spenden an HateAid vielleicht ein guter Zweck ist, der verfolgt werden soll, so ist die Art und Weise, wie hier vorgegangen wird, nicht das legitime Mittel zur Wahl. Weil das Ganze allerdings noch nicht schlimm genug ist, kommen wir jetzt nochmal darauf zurück, was eigentlich mit diesen vielen Anzeigen passiert. Von Herrn Habeck 700 Stück in den letzten zweieinhalb Monaten. Das ist ungefähr so viel wie das, was Frau Strack-Zimmermann auch so anrichtet. Und die Fälle landen zuerst beim Berliner Staatsschutz, denn die meisten Politiker haben irgendwie in Berlin ein Büro, wegen dem Deutschen Bundestag oder dem Bundesministerium. Das waren letztes Jahr knappe 900 Vorgänge, nur für den Berliner Staatsschutz, also drei pro Tag. Von der Berliner Polizei heißt es dazu, Zitat, dies bindet erhebliche Kapazitäten im polizeilichen Staatsschutz. Das kann man nur bestätigen, wenn man sich anschaut, was alles so schiefgelaufen ist in letzter Zeit. Der polizeiliche Staatsschutz wäre auch dafür da gewesen, diesen Anschlag bei Tesla zum Beispiel zu verhindern, den Anschlag auf das Brandenburger Tor auch zu verhindern. Aber sie sind hier gebunden durch die Anzeigen von Ministern und Abgeordneten und die fühlen sich dabei noch gut, wenn sie hier gegen Hass und Hetze im Internet vorgehen wollen. Ich sage auch, Hass und Hetze im Internet muss nicht sein. Die Politik soll sich einfach darauf besinnen, warum manche Leute so reagieren, wie sie reagieren. Inzwischen, die Politik ist fernab jeglicher Realität. Sie leben in einem Wolkenkuckucksheim, in einem völligen Wahnsinn, in einer Wahnvorstellung. Leben sie, ich habe lang genug in der Berliner Blase gearbeitet. Die Leute kennen überhaupt keine Zustände, wie du und ich sie jeden Tag auf der Straße erleben. Ich erlebe es aber auch hier. Da ist eine Messerstecherei in der gleichen Straße und wenn man die Leute danach fragt, hat keiner mitgekriegt, hat keiner gelesen, sie gehen ja jeden Tag arbeiten. Die Einschläge, sie finden inzwischen statt vor den Haustüren und die Leute, sie kriegen es einfach nicht mit. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Bist du Steuerberater? Bist du Rechtsanwalt? Kennst du jemanden, der hier bitte mir helfen kann, dass wir das prüfen? Sehr gerne würde ich auch der Berliner Finanzverwaltung hier den Hinweis geben, dass eventuell einer der Bundesminister hier Dinge tut, die absolut nicht in Ordnung sind. Nochmal, auch dass sie hier Mitarbeiter des Ministeriums hernehmen, um Beleidigungen gegen die Person Robert Habeck zu ahnden, wo er dann die anspruchsberechtigte Person ist für dieses Schmerzensgeld. Das geht absolut gar nicht. Das geht gar nicht, ja. Das könnte er noch irgendwie vielleicht verargumentieren, wenn er das über sein Bundestagsbüro irgendwie dreht. Da gibt es mehr Möglichkeiten, aber Beamte, Bundesminister, nee, das geht gar nicht. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram. Schicke es jedem Steuerberater, jedem Rechtsanwalt, den du kennst. Schicke es natürlich auch an jeden anderen. Aber ich glaube, Robert Habeck hat hier einen folgenreichen Fehler begangen, der ihn noch länger verfolgen wird, als ihm das überhaupt lieb ist. Hätte er das mit dem Anzeigen besser mal bleiben lassen. Damit sage ich ciao, bis bald.